Sell the rumor, buy the fact. Betrachtet man die Entwicklung im Gold auf Tagesbasis, können die Bullen nach der gestrigen Tageskerze wieder erneut Mut schöpfen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hechler & Stork. Nach elf Jahren war es soweit. Die EZB hat gestern erstmals den Leitzins um 50 Basispunkte auf 0,5% plus angehoben. Der Einlagenzins wurde von minus 0,5% auf 0 angepasst. Das bedeutet also, dass Banken, die Gelder bis dato bei der EZB geparkt haben, nun keine Negativzinsen mehr zahlen müssen. Ein erster Schritt, laut Marktteilnehmern und Experten allerdings viel zu spät. Wie hat sich das auf den Goldpreis ausgewirkt? Gold fiel gestern im Futurehandel auf die Marke von 1.680 US-Dollar, ein starker Unterstützungsbereich. Und dann kamen in der Tat Käufer in den Markt und es folgte ein Reversal, ein Intraday-Reversal von rund 40 US-Dollar nach oben. Und das Ganze bei wirklich hohen Umsätzen. Und damit schauen wir uns den Tageschart im Gold einmal gemeinsam an. Wir sehen hier den Tageschart des Goldpreisfutures zurückgehend bis zum Sommer 2020. Und wir können schön sehen, dass hier dieser Abwärtstrend, der im März diesen Jahres begonnen hat, der ist nach wie vor im Takt. Und wenn man den Tageschart jetzt zurückgehend bis 2021 betrachtet, dann wird deutlich, dass im Bereich von 1.680 US-Dollar, wir haben das mit der grünen Linie eingezeichnet, die wurde dreimal getestet in der Vergangenheit in diesem Zeitraum und ist gestern wieder getestet worden. Und dann kam eben diese Zinsentscheidung, wo überraschenderweise die Zinsen um 0,5% angehoben wurden. Erwartet waren ja nur 0,25% und es ist eine wirklich intensive Rallye, hat eingesetzt. Und der Goldfuture hat ein Intraday-Reversal hingelegt und ist fast am High rausgegangen. Übrigens, der Sprung hier im Chart, der kommt dadurch zustande, dass die Rolle stattgefunden hat im Future. Und hier wurde der August-Kontrakt in den liquideren Dezember-Kontrakt gerollt. Ja, was heißt das jetzt für den Goldpreis? Fundamental stehen die Ampeln im Gold eigentlich weiter auf grün. Eine hohe Inflation, weltweite Krisen, eine drohende Rezession und ein Finanzsystem, das immer stärker an seine Grenzen kommt. Kommende Woche findet die nächste Notenbank-Sitzung der amerikanischen FED statt. Eine Zinserhöhung von 0,75%, die wird bereits erwartet und ist eigentlich auch schon im Markt eingepreist. Ein weiterer bullischer Faktor ist die aktuelle Positionierung der Goldproduzenten. Und das schauen wir uns auch nochmal im Chart an. Ich habe hier die COT-Daten, die aktuellen, mitgebracht im Gold-Future. Sie kennen das ja bereits. In der gelben Linie ist der Preis des Gold-Futures. Wir sehen hier eine Wochenbetrachtung des Gold-Future-Charts, zurückgehend bis zum November 2018. Und Sie wissen ja, wie immer in unseren Darstellungen, die graue Linie, die spiegelt die Positionierung der Produzenten, also der Minenbetreiber wieder. Und die blaue Linie sind die großen Spekulanten, die großen Fondsgesellschaften. Und hier unten das Ganze nochmal im Diagramm dargestellt. Und was wir sehen, ist, dass die Commercials aktuell die kleinste Short-Positionierung im Gold-Future seit Jahren halten. Man muss also schon bis zum Jahr 2019 zurückgehen. Wir haben das hier mal grün markiert. Damals hatten wir eine ähnliche Positionierung. Damals stand aber der Goldpreis bei ungefähr 1.350 US-Dollar. Und der ist dann bis zum Sommer 2020, man kann das hier schön sehen, erstmals über die 2.000 US-Dollar-Marke gegangen. Ein Garant für steigende Kurse ist natürlich die Positionierung der Produzenten, der Insider, der Händler. Ist es natürlich nicht. Aber es zeigt uns, dass die Goldproduzenten auf dem derzeitigen Niveau relativ wenig Absicherungsbedarf haben. Und da bleibt wieder die Frage, wer sollte den Markt besser kennen, außer den Goldproduzenten? Ja, und damit kommen wir auch schon zum Fazit der heutigen Sendung. Die Bullen haben im Gold ein Lebenszeichen von sich gegeben. Bislang war es falsch, in das fallende Messer zu greifen. Wir haben das am Chart schön sehen können. Aber die COT-Daten, die haben sich deutlich gebessert. Saisonal stehen die Ampeln eigentlich auch auf grün. Die technischen Indikatoren, die zeigen uns eine deutlich überverkaufte Situation. Und das Sentiment ist nach wie vor negativ. Wir halten daher einen letzten Sell-Off, eine Kapitulation des Marktes, für durchaus möglich. Aber neben den bereits bullischen besprochenen Faktoren, macht die fehlende Entspannung in der Ukraine-Krise Gold als Safe Haven Investment interessant. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei unserem nächsten Markenupdate am Sonntag. Bis dahin, weiterhin Good Luck in Trading!